Willkommen auf dem Kanal von MeliBanMDG. Noch immer mit dem Christoph. Hey. Er ist immer noch da. Wir machen den zweiten Teil von der Corset, also 8. Edition Corset plus einem Ulster's Destiny Booster. Wie letztes Mal schon erwähnt, Corset haben wir gesponsert bekommen von Comic Gallery in Wien, Albert Klasse 24 im 8. Bezirk. Schaut es uns vorbei, wenn sie irgendwelche, also egal was, Comics, Manga, Magic Karten oder alle anderen Sammlerkarten, der hat extrem viel dort und auch richtig viele coole Artikelitäten, also alten Stuff, den man so nicht mehr kriegt. Gut, alles weiter gibt es noch ein Intro. Bis gleich. Dann starten wir. Destiny machen wir zum Schluss. Das schreibt sich ganz anders. Schon ewig kann es mal aufgemacht. Looming Shade. Fertile Ground. Das ist ein cooles Artwork mit so vielen Details drauf. Wahnsinn. Ich mag also generell die alten Artworks. Dark Banishing. Aber man sieht, es ist ein relativ kleines Set, aber man sieht relativ häufig die gleichen Cummins. Aber im Core dürfte nicht so wenig sein, aber über 250 nehmen wir schon. Ja, Soul Feast. Und, also Rare haben wir? Sacred Ground. Warte mal so hin. Enchantment. Immer wenn der Speller der Ability an Gena zu bringt, ein Land in den Friedhof zu legen, kommt er wieder ins Spiel. Okay. Vor allem Gena hat die Ability. Ich weiß. Keine Ahnung, ob das irgendwie gespielbar ist, woher. Ebenflock. Mana League. Die Dryer hat schon da cool aus. Obwohl es halt ein bisschen ein Überbiss. Sagen wir da. Was macht der? Der Zombie. Der hält sich fest. Der Zombie. Regenerieren kann man für zwei Leben. Aber es ist cool. Man entdeckt immer neue Artworks. Man hat es noch nie gesehen. Der Zombie. Stormcraw. Klassiker. Spitting Splider. Fordercannon. Spirit Link. Ein wunderschönes Island. Und? Ein Foil Upliberate. Sehr nice. Haben wir vorher schon das hergezeigt. Wir haben es ja auch in einer anderen. Aber wir haben ein normales Upliberate gezeigt. Jetzt noch ein Foil Rare. Es wird zwar keine Toppul jetzt mit einem Snare and Bridgering vom Foil, aber wir nehmen, was wir kriegen. Der reicht noch dem Foil auch. Ja, den reicht noch dem Foil auch. Fertile Ground. Ja. A Generation. Sneaking Homunculus. Ja. Die Homunculus sind schon lange dabei. Wobei da ist ja eine Illusion. Später werden es ja echte Homunculus. Peach Garden aus. Und? Der Rocks. Erstens der Booster nicht selber. Stone Rain. Ich glaube, ich bin mindestens schon zehnmal drinnen. Also wir können jedes Land zerstören, was wir wollen. Er Elemental, Soul Feast. Ein paar Tage Golem und. Ich glaube, ich muss da kommt die Rare. Intrepid Hero. Ja, der coolen Gesichterdruck. Destroyed All Creatures Power of Greater. Da habe ich sogar noch ein Engeldeck. Weil einfach nur tappen und zerstören. Und für das, ja, ist noch ein Fahnsatzleiter zum Wegschießen. Aber für das ist es nicht sübel. So wie der Royal Assassin. Stimmt. Ja, das ist auch genial. Ich habe noch mal noch nicht gesehen. Der ist auch da drinnen, oder? Guckischerweise. Das wäre halt nicht am Hardweg. Deathgazer. Ironstar. Upsen. Hahahaha. Wo ist mein Land? Oh, 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 oh. Oh. Ich denke mir gerade, warum kommt er auf Amerika Land? Ein Foil-Mantel und ein Royal Assassin. Wie auf Bestellung. Genial. Das ist ein schöner Mantel. Ja, er ist schön, ja? Ihr bleibt ein rote Foil. Solange es Rare sind. Ja. Ach, der wollte den Bus aufmachen. Die Karten fühlen sich viel stabiler an, gell? Ja, cool. Der Cardstock damals war definitiv besser. Rewind. Die kannst du auf der Strasse schwimmen. Ja, die kannst du einfach am Boden hinschmeißen. Uh, da ist was. Da ist was anderes. Da gibt es ein Foil. Da ist ein Foil. Foil Uncommon. Noble Purpose ist quasi. Uh, das ist ja gut aus. Warte mal. Zuerst einmal da. Noble Purpose ist Rare. Enchantment. Also, alle Kreaturen können live gehen. Und bei Combat Damage, oder? Ja. Bock Vraid. Swamp Walk. Das ist voll. Schaut krass aus, gell? Sehr schön. Ist das Spirit noch? Ein Wraid. Ja, die Karten sind gebaut, um Asphalt zu spielen. Wir brauchen keine Sleeves für Amateure. Ein Land. Oh, Ursus Armour. Und noch eine Foil. Und wieder Rot. Echt extrem viel Rot. Panik Attack. Und? Ursus Armour. Ursus Inkopato werden wir wieder. Das haben wir nicht mehr drin. Ja. Aber extrem wenig Ursus Tower. Ursus Main. Ursus Armour. Und du hast angekauft, gell? Ja. Und wir haben ja auch schon 18 Mal gesehen. Jetzt gibt es nur noch... Da sind ein Stumpy Bag. Und ein K8. Stimmt. Stimmt. Also die Foilauspalte ist sehr gut, ja? Joke? Ja, geile Karte, ich liebe sie. Gegen Blauspieler? Uh, aus dem Powerblend? Near Mint? Ah, ich hätte so gerne Foil. Und? Einspieler? Auf irgendwas? No, auf Foil Rare! Heilige Scheiße! Elite Archers! Zwei Foil Rares! Das ist geil, ja? Not bad! Ich habe keine Amazon. Ja, stimmt, ja. Uh, und mal, Foil ankommen! Die Auktion und? Endlich Schapper! Oh, das schaut nicht an! Schau dir bitte das Foiling an! Oh shit, die Blitze! Boah, das schaut so heftig aus! Ah, da kommen die aktuellen Foils dazu! Aber das habe ich nicht gewusst, dass die Blackboarder sind! Ne? Jetzt, ich habe ihn kurz darauf umgestellt! Und für kurz darauf gibt es nur noch Blackboarder! Rook Egg! 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 ��는 흔� x yri! Rook Egg! Rook Egg! Rook Egg! Rook Egg! Rook Egg! Rook Olive! das ist echt schön. Die muss in Folge, das ist eine richtige Formfrage. Wahnsinn. Execute. Und noch ein Fall. Sage Owl. Uh, da weiß ich, wenn du den haben willst. Not bad. Und Finale. Da machen wir das so. Serie hinten ist. Skittering Horror. Metatrans Soldier. Ofellos Gift. Field Surgeon. Flame Jet. Dying Whale. Kingfisher. Gollard Beetle. Tormented Angel. Mark of Fury. Und ein Pro-Axion Monitor. Das waren die Kammern. An Kammern haben wir Goblin Berserker. Cold Drops. Cool Karte. Also immer wenn die angreifen können, können Sie schon. Kelden Champion. Haben sie erst reprintet gehabt. Ich weiß nicht, wo genau. Was ist drin? Wake of Destruction. Muss ich ehrlich sagen? Destroy Target Land. All Lands is the same name. Oh mein Gott. Land Destruction. Sechs Mana. Sorcery, sechs Mana. Nicht unbedingt spielbar, aber gute Karte. Gute Karte. Na sehr gut. Vielen Dank für's Zuschauen. Und nochmal erwähnen. Schaut's beim Ding vorbei. Ja, ja. Nochmal das wunderschöne Ensignen Bridge. Schaut's beim Comic Gallery in Wien vorbei. Auch der Bezirk. Albertstraße 24. Anabell Klasse 24. Dort kriegt's ja alles was im Bereich Comics. Also Manga und Zubehör. Und Magic Karten auch. Und alte Sets vor allem. Sehr empfehlend für draußen, ne? Gut. Man sieht dich im nächsten Video. Ciao. Ciao.